Die Six-Pack-Six-in-the-City-Tour ist im vollen Gang und wir freuen uns jeden Tag, dass wir endlich wieder auf der Bühne stehen dürfen. Leider ist es aktuell so, dass die Infektionszahlen in Deutschland wieder steigen und die steigenden Auflagen der unterschiedlichen Bundesländer machen es uns schier unmöglich, einen reibungslosen Ablauf der Show zu garantieren. Wir dürfen teilweise nicht mehr zu euch ins Publikum. Ihr müsstet mit Masken im Publikum sitzen oder wir hätten ganz einfach Probleme, euch zu platzieren. An der Stelle sehen wir uns gezwungen zu reagieren. Wir werden ab sofort auf der Six-Pack-Six-in-the-City-Tour die 2G-Regelung einführen. Das bedeutet, nur noch geimpfte oder geniesene Gäste haben Zutritt zu der Show. Die tolle Nachricht dabei ist, dass an der Stelle sämtliche Maßnahmen wegfallen. Wir dürfen vollen Körperkontakt zu euch haben. Wir können zu euch ins Publikum. Wir dürfen euch auf die Bühne nehmen. Wir wissen, dass diese Änderung an der Stelle natürlich ein harter Schritt ist. Wir sehen uns aber in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass auch zukünftig über dem Winter Shows wie unsere weiterhin stattfinden dürfen. Denn wir haben so lange darauf gewartet, endlich wieder für euch auf der Bühne zu stehen, dass wir es nicht riskieren wollen, an der Stelle Teil davon zu sein, dass Maßnahmen eingeführt werden, die dazu führen, dass Shows wieder abgesagt werden müssen, Veranstaltungen verlegt werden müssen. Wir wollen einfach nur auf der Bühne stehen und für euch eine tolle Show abliefern.